Werder Bremen und der 1. FC Heidenheim trennen sich 1 zu 2. Die Bremer verlieren ihr Jubiläumsspiel zum 125-Jährigen. Ja, man muss sagen, Bremen hat kein schlechtes Spiel gemacht, absolut nicht. Aber hat es sich in den ersten, muss man ja sagen, 20 Minuten irgendwo selbst versaut. Meloni in der 12. Minute mit dem 0 zu 1. Schwache Abwehrleistung von den Bremern kann man deutlich besser machen. Und es wurde ja nicht besser, denn Beste hat das 0 zu 2 erzielt in der 18. Minute. Also 2 Gegentore innerhalb von 20 Minuten oder innerhalb von 6. Man muss sagen, es war ein bisschen Glück, dass der Ball zur Beste durchkam. Aber der musste ja nur noch trocken abstauben. Es schien dann ein Debakel für die Bremer zu werden. Allerdings kam dann Romano Schmid nur eine Minute später und hat verkürzen können. Und da hatte ich das Gefühl, sind die Bremer so ein bisschen wach geworden. Trotzdem blieb es erstmal beim Zwischenstand zur Halbzeit. Auch in der zweiten Halbzeit muss ich sagen, Bremen ist besser geworden. Also hatte dann auch mehr Chancen, mehr Ballbesitz. Aber es fehlte dann am Ende die Kaltschnäuzigkeit so ein bisschen, das 2 zu 2 zu machen. Vielleicht auch ein bisschen Glück. Aber ich denke, das ist Heidenheim herzlich egal. Und ja, so ist die Jubiläumsparty versaut worden. Heidenheim wird glücklich nach Hause fahren, nimmt wieder drei wichtige Punkte mit. Und ich sage mal so, wenn Heidenheim dieses Jahr absteigt, da müsste schon einiges schief gehen. Und ich gönne es der Truppe auch. Schade für Bremen, aber es gibt ja noch einige Spiele in dieser Saison. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen. Wir hören uns im nächsten Video und ciao, haut rein!